Herzlich willkommen zurück zu Star Wars Outlaw und zwar kümmern wir uns jetzt um den Typhonfelsen als Nebenquest sag ich mal Informationen. Die Flugbeute haben auf dem Typhonfelsen ein Nest. Das schauen wir uns mal an und holen uns das Loot oder wie auch immer. Zum Mapverständnis gehen wir hier über den über den Norden rein. So, dann gehen wir einmal gerade durch. Hier oben brauchen wir nicht lang. Aber wir gehen mal hier lang. Ich sah jetzt auch First Roy ne, also ne aufregen Leute. Können wir hier drüber balancieren? Danke für nix. Aber... Am Berienring. Oh, hier gibt es einen Haufen Loot, das geht nie ab. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht drauf, wenn ich hier runter springe. Dann gehen wir mal hier den Weg lang. Hier oben ist ne Schmugglerhöhle. Hier oben ist ne Schmugglerhöhle. Okay. Du siehst aus, als hättest du gesch... Ihr seid ziemlich weit weg von einem Markt. Auf einem Markt findet niemand wirklich was er sucht. Mein Name ist Schuma und ich weiß zwei Dinge. Zum einen war ich in mehr Systemen als du. Und zum anderen habe ich etwas, das du brauchst. Okay, Schuma. Ich bin Kay. Zeig mal, was du hast. Was ist das? Ein Robuma-Leder. Da haben wir schon 15 Stück davon. Gibt es irgendwas, was interessant ist? 4 Fähigkeiten benötigt. 3.400. Wieso bin ich so wenig Credits? Fähigkeiten benötigt. So, weiter geht's. Der Panzer des Unterhemd. Bereit zum Freischalten. Ah, hier geht's nicht lang. Ah, hier geht's nicht lang. Ah, hier geht's nicht lang. vom Händler rechts weg. Jetzt sind wir aber wieder bei diesem Windtunnel. Das gibt's doch gar nicht. Wie kommt man denn hier hoch? Das ist absoluter Wahnsinn. Töp.. Theoretisch könnten wir es von der Seite probieren, wenn es jetzt irgendwas zum Klettern gibt. Aber da gibt es natürlich nichts zum Klettern. Toll. Sollte. probieren wir mal das oder wo geht es hier lang hier können wir auch klettern mal kurz zur veranschaulichung auf der map es ist wirklich die frage ob dieses lager da ganz oben ist hierüber kommen wir nicht ich habe das gefühl wir müssen irgendwie darüber kommen zu diesem baum ja bitte nicht verletzen danke wir müssen noch mal kurz die seite abchecken ey was ich fress ein besen wenn das jetzt hier ist ne ok so das wäre jetzt auf der map westlich müssen wir mal schauen wo wir hier raus kommen da war auch ne wirklich was gekonnt ne ha whoa Das kann da nicht angehen, aber es gibt ja nirgendwo einen Greifhagen, wo du dich hochziehen kannst. Ne, hier dreht sich alles im Kreis, das ist so der Wahnsinn. Ja, das ist so der Wahnsinn. Ach, bei den Flugbeuteln war ich das schonmal. Das war doch hier drüben. Das ist ja das ganze Vogelzeug. Ah, hier kann man sich abseilen. Schau es dir an. Informationen, Typhonfelsen geklärt. Ey, das ist mir übelst leid für die Leute, die es angeschaut haben, dass es hier so lange gedauert hat. Aber wie gesagt, das First Ride, wir haben leider keine Zeit zum Schneiden. Wenn es euch weitergeholfen hat, lasst ein Like und ein Abo da, ansonsten haut rein. Das heißt, dass wir hier so lange im Telefonkoppelbarn geben, aber das ist das immer mehr Und dann kommt das in derلك�ahnd. Und dann kommt das in der Überругung. Davor. Vielen Dank.